So, meine drei weitere Reihen, je 42 feste Maschen sind zu Ende gehäkelt. Die Markierung setzen wir wieder halt an den Anfang der Reihe. Und nächste Reihe beginnen wir jetzt mit fünf festen Maschen. Eins, zwei, drei, vier und fünf und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder sechsmal. Fünf feste Maschen, eine Abnahme, sechsmal. So, meine Reihe mit fünf festen Maschen, eine Abnahme, sechsmal hintereinander ist zu Ende gehäkelt. Die Markierung setzen wir jetzt wieder an den Anfang der Reihe. Und wir sind jetzt bei 36 Maschen. Und wir häkeln jetzt drei weitere Reihen nach oben, je 36 feste Maschen. So, und die Markierung bitte mit jeder Reihe nach oben versetzen. Also, drei Reihen hoch. Meine drei weitere Reihen, je 36 feste Maschen sind zu Ende gehäkelt. Und die Markierung habe ich natürlich mit jeder Reihe nach oben versetzt. Füllt den Körper jetzt bitte auf. Arbeitet das gut hier unten aus alles. Und dann häkeln wir weiter. So, ich habe es aufgefüllt, wie ihr seht. Wenn ihr auffüllt, bitte arbeitet erstmal halt so die Seiten aus. So gesehen halt die Fühlung so ein bisschen seitlich einarbeiten und dann halt die Mitte auffüllen. Dadurch bekommt ihr gleichmäßigeres Ergebnis. Seht ihr halt, das ist richtig schön eben. Besonders, wenn man so große Kuscheltiere häkelt, sollte man wirklich darauf achten, dass man erstmal so gesehen die Form gibt. Und danach halt eben die Festigkeit, ja. Okay. Dann wollen wir mal weiter häkeln. Als letztes haben wir ja die, hier drei Reihen, je 36 feste Maschen gehäkelt. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und weiter geht's. In der nächsten Reihe beginnen wir mit vier festen Maschen. Eins, zwei, drei und vier. Und eine Abnahme. So. Und das wiederholen wir wieder sechsmal. Vier feste Maschen, eine Abnahme, sechsmal. Meine Reihe mit vier festen Maschen, eine Abnahme, sechsmal hintereinander ist zu Ende. Die Markierung setzen wir jetzt wieder eine Reihe weiter. Wir sind jetzt bei 30 Maschen. Und wir häkeln jetzt noch drei weitere Reihen nach oben, je 30 feste Maschen. Also einmal selbstständig bitte noch drei Reihen nach oben häkeln und die Markierung natürlich weiterhin mit jeder Reihe nach oben versetzen. So. Ich habe jetzt meine drei weitere Reihen, je 30 feste Maschen zu Ende gehäkelt. Mit der Markierung habe ich also immer schön mitgearbeitet. Sprich also, die wurde mit jeder Reihe nach oben versetzt. So schaut es halt bei mir aus. Ich stehe hier genau, wenn man so schaut, mit der Masche, wo ich hier das Beinchen abschließt. Tja, wenn man so guckt, wenn man so die Linie nimmt. Wir häkeln ja alle ein bisschen unterschiedlich und es kann sein, dass ihr vielleicht etwas weiter rechts oder links steht. Kann ja auch passieren. Na, auf jeden Fall häkeln wir jetzt in der nächsten Reihe die Arme rein. Die Arme werden so ausgerichtet. Pro Arm werden acht Maschen so errechnet. Pro Arm. Und für hinten und vorne jeweils sieben Maschen. So. So, wir häkeln jetzt ja die Arme rein. Und ich habe hier die Markierung eine Reihe weiter gesetzt. Und ich bin, also wie gesagt, vorne, hinten jeweils sieben Maschen und pro Seite, also pro Arm acht Maschen. Und so wie ich jetzt halt mit der Markierung stehe, also ich muss von meinem Standpunkt erstmal acht feste Maschen häkeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. So. Und dann nehmen wir den ersten Arm, legen den passend zusammen. Also ich lege die auch so zusammen wie die Beine, dass die Arme komplett nach innen zeigen. Ihr könnt ja das halt natürlich auch anders gestalten, wenn ihr wollt. Das ist alles Geschmackssache, ne? Und bei mir, wie gesagt, zeige ich die komplett nach innen. Ich lege das zusammen, gehe durch die beiden hier Reihen durch, Maschen, halt durch den Arm. Und dann einmal durch den Körper. Und ich häkle das mit acht festen Maschen dran. Eins, zwei, drei, vier, genau hingucken, dass man auch wirklich die richtigen Maschen erwischt. So. Fünf. Sechs. Sieben. Und die letzte, die achte. Und acht. So schaut's aus, ja? Wo man das dran gehäkelt hat, das verläuft dann parallel zu den Beinchen. Da. Von beiden Seiten. So, nachdem wir den ersten Arm dran gehäkelt haben, häkeln wir jetzt hier sieben feste Maschen weiter. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Und sieben. Uppala. Sieben. Dann nehmen wir den zweiten Arm, legen den auch passend zusammen. So. Durch die beiden Seiten durch, ja? Durch den Körper und genauso mit acht festen Maschen dran häkeln. Und wir nehmen eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, fünf, sechs, sieben. So. Und die letzte, die achte, die häkeln wir da, wo die Markierung drin steckt. Ne? Das ist halt, das so gesehen wie den Arm häkeln wir halt an der Masche, so an einer Masche der nächsten Reihe. Weil ich habe ja vorher gesagt, dass wir zwischen sieben Maschen bleiben müssen. So, und das ist jetzt unsere achte Masche, ja? So, acht. So sieht es halt aus. Wenn man die Arme dran gehäkelt hat, so, versteckt man hier die Fäden erstmal. Zack. So. Ja? So schaut es halt aus. Schön symmetrisch, schön hier der Verlauf auch, wenn man so hält, ne? Sieht man halt, dass die auch richtig schön, also, passen. Sieht schon schön mittig aus. Wie gesagt, bei denjenigen, bei denen es halt irgendwie nicht passt mit den Maschen, also von hinten, mit dem Anfang, da müsst ihr das irgendwie anders oder neu ausrichten oder ausrechnen. Am besten, man hat, hier vorne rechnet man mittig halt sieben Maschen aus und dann zählt halt nach da seine acht Maschen und dann weiß man, wo der Arm halt beginnt und dann kann man halt die passende Anzahl von hinten bis zu dem Arm häkeln, weil man das halt braucht. Aber so theoretisch müsste es passen, wenn man halt wirklich mit jeder Reihe die Markierung nach oben versetzt, dass man dann auch genauso rein häkeln kann. So, und nachdem wir die Arme reingehäkelt haben, wir setzen die Markierung jetzt hinter den Armen, also wir versetzen so gesehen das Ganze um eine Masche und in der nächsten Reihe häkeln wir jetzt drei feste Maschen, eins, zwei und drei und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir sechsmal. Drei feste Maschen, eine Abnahme, sechsmal. So, meine Reihe mit drei festen Maschen, eine Abnahme, sechsmal hintereinander ist zu Ende. Ich habe auch hier die Entfäden von den Armen von innen fixiert, damit die halt, also vorsichtshalber, nicht, dass die rausgehen, da rauskommen. Und füllt bitte jetzt halt das Ganze richtig ordentlich auf, dass man auch wirklich gut fest aufgefüllt hat das Ganze, dass es halt nicht so weich ist, weil wir setzen den Kopf hier auf den Gelenk und sogar wenn man den Kopf auch, wie soll ich mal sagen, dran näht, ja, sollte man das auch ordentlich auffüllen, diesen Bereich, damit man ausreichend Stabilität bekommt, ja. Der Körper muss schon gut aufgefüllt sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, wie gesagt, erstmal die Seiten einarbeiten und danach halt richtig schön die Mitte. Das ist auch ganz wichtig. Sonst wird das Ganze, ja, verzogen, verschoben und schief. Also das ist dann halt auch nie so schön. Da war mal schön, Fühlung rein. Zack, 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 zack. So, ja, die Versuch abzuhauen, das ist auch gut. Gucken, bisschen stabiler alles dann, ne. Okay. Wir hekeln gleich noch ein paar Reihen mit Abnahmen und setzen das Gelenk hier rein, ja. Okay, zack. So, unsere letzte Reihe war ja mit drei festen Maschen eine Abnahme sechsmal. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und in der nächsten Reihe beginnen wir mit zwei festen Maschen. Eins und zwei. Und eine Abnahme. So. Und das Ganze wiederholen wir wieder sechsmal. Zwei feste Maschen, eine Abnahme, sechsmal. Die Reihe mit zwei festen Maschen, eine Abnahme, sechsmal hintereinander ist zu Ende gehickelt. So sieht es bei mir das Ganze halt aus. Man muss halt, wie gesagt, mit der Füllung ein bisschen mitarbeiten, formgebend und auch so auffüllen, dass es auch ordentlich wird, ja. Dass es halt gleichmäßig wird, ohne halt irgendwelche komische Beulen. So. Jetzt ziehe ich den mal hier hin. Und arbeite ich hier noch halt weiter Füllung rein, damit es auch ausreichend Festigkeit bekommt, ja. noch zu wenig, weil hier muss richtig schön fest sein. so gefühlt so auffüllen, dass es ist, also, dass man sagt, passt nichts mehr rein, ne. Also, das muss so eingearbeitet sein, damit der Kopf auch ausreichend Stabilität bekommt, ne. Der Kopf ist ja auch nicht klein. Und damit es halt auch schön vernünftig hält. Ich nehme deswegen auch etwas größeres Gelenk. Also, man kann vier bis viereinhalb verwenden. Also, ich nehme, ähm, viereinhalb. Ich möchte halt ein bisschen mehr Stabilität haben. Natürlich, je mehr Auflagefläche da ist, desto stabiler ist das Ganze. Ähm, Wer von euch halt irgendwie grobmaschiger häkelt, also halt mit größeren Häkelnerneln und alles, dann sollte die vielleicht sogar auf fünfer Gelenk gehen. So, das ist halt hier viereinhalb Durchmesser. Und den arbeite ich hier rein. Zack, so. Dient halt so gesehen halt als Stöpsel. Man muss mal schauen halt, ob es genug ist. Dann kann man noch ein bisschen was nacharbeiten. So. Zack, 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 so Kontrolle. Okay. Passt eine Menge rein. Wenn man es halt vernünftig macht. Kommt auch ein bisschen auf die Fühlung an, was man verwendet. Das ist halt, äh, manche bietet ja unwahrscheinlich viel Widerstand sofort. Bei von den anderen muss man ein bisschen mehr reinfühlen, damit es halt eben passt. Muss man immer schauen, ne, wie fluffi die ist und alles. So gesehen alles an eure Materialien anfassen. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt das rein. Sieht gut aus. Okay, und weiter geht's. Die letzte Reihe war mit zwei festen Maschen, eine Abnahme, sechsmal hintereinander. Und die nächste Reihe häkeln wir jetzt mit hier eine feste Masche. Komm her. Bisschen knifflig, aber machbar. So. Eine feste Masche und eine Abnahme. Zack. So, und das häkeln wir jetzt sechsmal hintereinander, ja. Eine feste Masche, eine Abnahme, sechsmal. Zur Ende. Markierung nehme ich erstmal raus. So. Und wir häkeln jetzt noch die letzte Reihe mit sechs Abnahmen. Ja, einmal halt eine Reihe noch häkeln mit sechs Abnahmen. Das ist jetzt die erste. Zweite. Dritte. Vierte. Fünfte. Und die letzte, die sechste. Zack. Wir machen hier noch eine Luftmasche und ziehen das Ganze raus und einmal abschneiden. So. Und da sitzt das Ganze halt richtig schön fest hier, ja. Gute Festigkeit insgesamt. So. Das Ganze hier tue ich jetzt gerade noch ein bisschen vernähen und versiegeln quasi und damit es halt auch da bleibt, wo es ist. Natürlich kann man einfach so abschnallen und fertig, aber man weiß ja nie, wie es halt im Laufe der Zeit halt das Ganze arbeitet, besonders wenn man den Kopf bewegt und so. Man sollte auch ein bisschen, sagen wir so, auf Nummer sicher gehen. Wer mit mir schon lange dabei ist, kennt das von mir, ne. So. Einfach so durch die Maschen durchgehen. Also so wie wir halt den Kopf halt vernähen, immer, ne. So Masche für Masche aufnehmen. Und dann mal schön anziehen. Das ist wirklich richtig schön eng um den Stifthalz. Ich lege das Ganze. Ja. Das machen wir jetzt. Zack. Zack. So. Dann gehe ich hier ein bisschen zur Seite raus. Mache ich hier halt einen Knoten. Zack. Dann noch die gegenüberliegende Seite. Also mal wieder so durch. Mache ich hier noch einen Knoten. Na komm her. Und schneide das Ganze halt hier ab. So. Überflüssigen Plüsch nehme ich hier ab. Also diese Pflanzen. Ja. Wir schnappen uns halt unseren Feuerzeug. Wer es halt möchte. Und schmelzen das Ganze ein bisschen an. Dann bleibt es da wirklich wo es ist. Dann löst sich auch nichts mehr. Und ist auf jeden Fall sehr gut gesichert das Ganze. So. Das haben wir jetzt halt fertig. Und ja. Uns fehlt nur noch der Kopf. So. Wir machen dann weiter. Mit dem Kopf. Wir beginnen mit einem Knoten. Zwei Luftmaschen nach oben. Eins. Zwei. Und in die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt häkeln wir jetzt acht feste Maschen rein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und acht. So. Ich habe jetzt meine acht feste Maschen in den Ring aufgenommen. Wir setzen jetzt eine Markierung an den Anfang der Reihe. Zählt bitte eure Maschen nach. Nicht, dass euch die eine in die Woche hier vorne oder zwei verschütt gegangen sind. So. Und als nächstes tun wir jetzt achtmal verdoppeln. Also wir häkeln jetzt in jede Masche acht feste Ö. So. Nachdem wir die Markierung gesetzt haben, häkeln wir jetzt in jede Masche zwei feste Maschen rein. also achtmal verdoppeln. Erstes verdoppeln. Zweites. Drittes. Viertes. Fünftes. 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 Sechstes. Siebtes. und achtes. So. Das seht ihr, ich bin hier bei der Markierung angekommen, ja? So. Achtmal verdoppelt sind wir jetzt bei 16 Maschen. Markierung setzen wir jetzt wieder eine Reihe weiter. Und in der nächsten Reihe häkeln wir jetzt eine feste Masche und einmal verdoppeln. So. Und das wiederholen wir wieder achtmal. Eine feste Masche einmal verdoppeln. Meine Reihe mit einer festen Masche einmal verdoppeln. Achtmal hintereinander ist zu Ende. Die Markierung setzen wir jetzt wieder an den Anfang der Reihe. Immer schön mit der Markierung arbeiten bei dem Kopf. So. Wir sind jetzt bei 24 Maschen und wir häkeln jetzt noch also zwei weitere Reihen weiter je 24 feste Maschen. Und die Markierung bitte mit jeder Reihe nach oben versetzen. also zwei Reihen. So. Meine zwei weitere Reihen je 24 feste Maschen sind zu Ende gehäkelt und wie gesagt mit jeder Reihe die Markierung nach oben versetzt. So. Und jetzt Markierung wieder eine Reihe weiter und wir beginnen mit drei festen Maschen. Eins zwei und drei. So. Und jetzt tun wir zweimal verdoppeln. erstes verdoppeln, zweites verdoppeln. So. Und jetzt häkeln wir fünf feste Maschen weiter. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So. Und jetzt tun wir viermal verdoppeln. erstes verdoppeln, zweites, drittes und viertes. So. Und jetzt häkeln wir fünf feste Maschen weiter. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und nun tun wir zweimal verdoppeln. Erstes und zweites. So. Und uns bleiben noch drei feste Maschen bis zu der Markierung. Eins, zwei und drei. So sieht's aus. Es nimmt so eine Dreiecksoptik an. So. Markierung eine Reihe weiter. Zack. Wir sind jetzt insgesamt bei 32 Maschen. Müsste passen. So. Wir beginnen mit vier festen Maschen. Also Markierung weiter. Und vier feste Maschen. Eins, zwei, drei und vier. So. Und jetzt einmal vier feste Maschen haben wir jetzt fertig gehäkelt. und nun häkeln wir dreimal verdoppeln. Erstes verdoppeln, zweites und drittes. So. Dreimal verdoppelt. Wir häkeln jetzt weiter sechs feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. So, nachdem wir hier sechs feste Maschen gehäkelt haben, häkeln wir einmal verdoppeln. So. Danach zwei feste Maschen. So, und jetzt nochmal einmal verdoppeln und jetzt wieder zwei feste Maschen und einmal verdoppeln. und wir häkeln jetzt weiter sechs feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Und jetzt tun wir dreimal verdoppeln. Erstes verdoppeln, zweites und drittes. So, dreimal verdoppelt und uns bleiben noch drei feste Maschen zu häkeln. Eins, zwei und drei. So, so sieht die Form langsam aus. Markierung wieder eine Reihe weiter und weiter geht's. So, die Markierung eine Reihe weiter. In der Reihe haben wir jetzt 41 Maschen und die nächste Reihe beginnen wir mit neun festen Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. So, einmal verdoppeln. Eine feste Masche. So, nachdem wir hier einmal verdoppelt haben, eine feste Masche gehäkelt haben, häkeln wir jetzt fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So, wir zählen halt jetzt fünf Maschen weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf und in die sechste Masche häkeln wir jetzt eine feste Masche. So, sieht's aus. Wir haben hier ein Loch. Das ist halt die Öffnung für das Auge. Wenn wir halt die Streifen später reinnehmen und so weiter und damit der Verschluss von dem Auge gut in dem Kopf halt versinken kann, bereiten wir schon so ein Loch vor. Wer mit mir schon den Pinguin gehäkelt hat, erkennt diese Technik. Ja? Die wissen, was sie erwarten, sag ich mal. So, eine feste Masche haben wir hier und jetzt häkeln wir drei weitere feste Maschen. Eins, zwei und drei. So, und jetzt tun wir dreimal verdoppeln. Erstes verdoppeln, zweites verdoppeln und drittes verdoppeln. So, dreimal verdoppelt und jetzt häkeln wir vier feste Maschen weiter. Eins, zwei, drei und vier. Und jetzt häkeln wir fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So, wir lassen jetzt fünf Maschen aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf und in die sechste Masche häkeln wir eine feste Masche. So, und jetzt und nun tun wir einmal verdoppeln. So, und uns bleiben noch sieben feste Maschen bis zu der Markierung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. So, weiß jemand irgendwie warum auch immer nicht mitgekommen ist. Wir beginnen die Reihe mit neun festen Maschen. Einmal verdoppeln, eine feste Masche, fünf Luftmaschen, fünf Maschen überspringen und in die sechste Masche häkeln wir eine feste Masche rein. Danach häkeln wir noch drei weitere feste Maschen, dann wird dreimal verdoppelt, dann vier feste Maschen gehäkelt, dann wieder fünf Luftmaschen werden gehäkelt, fünf Maschen ausgelassen und in die sechste Masche wird eine feste Masche gehäkelt, danach einmal verdoppelt und sieben feste Maschen bis zu der Markierung. So, und weiter geht's, Markierung wieder eine Reihe weiter, wir sind jetzt insgesamt bei 46 Maschen und die nächste Reihe beginnen wir jetzt mit neun festen Maschen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Jetzt wird zweimal verdoppelt. Erstes verdoppeln und zweites verdoppeln. Und jetzt häkeln wir elf feste Maschen weiter. hier sind die Luftmaschenkette und hier haben wir noch eine feste Masche zu häkeln, ja, so eine feste Masche und jetzt häkeln wir über die Luftmaschenkette fünf feste Maschen. So, schön darauf achten, dass ihr jede Masche erwischt. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So, und der Anfang von dieser Masche hier, ja, der ist hier rechts, ja, wenn ihr richtig gehäkelt habt, habt ihr hier noch so eine Übergangsgeschichte, ne, und das ist die nächste Masche. So, sechs. Also, wir haben hier eine feste Masche gehäkelt, dann fünf rüber und dann halt noch eine. Jetzt halt, das sind jetzt insgesamt sieben gehäkelte feste Maschen und wir müssen insgesamt elf häkeln. Sieben, ähm, acht, neun, zehn und elf. So, so schaut's halt aus. Okay, und weitere geht's mit einmal verdoppeln, drei feste Maschen, eins, zwei und drei und einmal verdoppeln. So, und jetzt müssen wir wieder elf feste Maschen weiter häkeln, eins, zwei, drei und vier und jetzt fünf weitere über die Luftmaschen Kette eins, zwei, drei, vier und die letzte, die fünfte. So, der Anfang der Masche ist hier, so, nächste Masche, also wir haben ja hier vier feste Maschen gehäkelt, dann fünf feste Maschen, da sind wir bei neun festen Maschen, richtig, fünf plus vier, neun und die zehnte haben wir auch schon gehäkelt und noch die elfte. So, so gesehen, als wir die fünf über die Luftmaschen Kette gehäkelt haben, häkeln wir noch zwei feste Maschen weiter. So, und nun, ja, zweimal verdoppeln, erstes verdoppeln und zweites verdoppeln. So, und jetzt noch sechs feste Maschen weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. So, sieht's langsam aus. Gut, und weiter geht's. Wir versetzen die Markierung wieder eine Reihe weiter und die nächste Reihe beginnen wir mit 25 festen Maschen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreieundzwanzig, vierundzwanzig, und fünfundzwanzig. Einmal verdoppeln. Drei feste Maschen, eins, zwei, und drei. Und jetzt wieder einmal verdoppeln. Und nun zweiundzwanzig feste Maschen weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, und zweiundzwanzig. So. Jetzt bin ich bei der Markierung angekommen. So schaut's halt aus. Das Ganze. Ja. Gut. Markierung wieder. Eine Reihe weiter. Wir sind jetzt bei vierundfünfzig Maschen. und in der nächsten Reihe häkeln wir jetzt Farbwechsel. Also. Zwei feste Maschen. Eins, zwei und eine Kettmasche. Schneiden das Ganze ab. So. Wir beginnen halt hier, wo die Markierung sitzt. Ja. Da. In der Masche. Gehen wir durch, ziehen den Faden durch, fixieren denn mit einer Kettmasche. So. Fertig. Dann. Die nächste Masche wird halt als eine feste Masche gehäkelt. Dann gehen wir hier drunter unter die Kettmasche, ziehen uns eine Schlaufe raus, fädeln den weißen Garn mit auf, also hier die weiße Schlaufe, und häkeln die alle drei zusammen. Ziehen den weißen Garn nach innen und verbinden diese beide miteinander. Zack. So. Armer verbunden. So. Eins, zwei. Genau. So. Hier ist hier diese Kettmasche, also die weiße, die fixiert wurde, und in der nächsten Masche beginnen wir. Und wir häkeln jetzt noch fünf feste Maschen weiter, also das ist die erste. Zwei, drei, vier, und fünf. So. Jetzt tun wir einmal verdoppeln. Und jetzt häkeln wir sieben feste Maschen weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und sieben. Und jetzt wieder einmal verdoppeln. und jetzt weiter sieben feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und sieben. Einmal verdoppeln. Und jetzt noch mal sieben feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und sieben. Einmal verdoppeln. und noch mal sieben feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und sieben. noch einmal verdoppeln. Und weiter sieben feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und sieben. Und einmal verdoppeln. Und uns bleiben noch fünf feste Maschen bis zu der Markierung. Eins, zwei, drei, vier, und fünf. Da sind wir bei der Markierung angekommen. Die setzen wir jetzt wieder eine Reihe weiter. Und in diese Masche, wo wir halt hier Faden fixiert haben, mit der Kettmasche, da häkeln wir eine feste Masche rein. Und diese nächste Masche, hier, da, diese hier, da häkeln wir jetzt eine Kettmasche. So sieht's aus. Wir haben so gesehen, halt in diesem Bereich halt hier verdoppelt. Und zwei, drei, vier, fünf, und sechs. Wir haben hier halt sechs mal verdoppelt insgesamt. Wir sind jetzt insgesamt bei 60 Maschen. Die Markierung sieht's ja da jetzt, ne? Und als nächstes häkeln wir jetzt zehn weitere Reihen nach oben, je 60 feste Maschen. Also selbstständig bitte zehn weitere Reihen häkeln. Die Markierung kann bleiben da, wo sie ist. Also sprich, ihr müsst die nicht mehr halt mit jeder Reihe nach oben versetzen, weil wir später halt dann die Abnahmen häkeln und so weiter, das ist dann wiederum egal. Weil, wie gesagt, das muss jetzt nicht mehr halt mit jeder Reihe versetzt werden. Also einfach hier lassen und zehn weitere Reihen häkeln. So, die zehn weitere Reihen, je 60 feste Maschen sind zu Ende gehäkelt. Kann man ganz gut sehen, ne? Das ist halt unsere Reihe hier mit Farbwechsel und danach halt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. So. Markierung nehme ich hier mal raus. Komm her. Setze die hier an den Anfang der Reihe. So, und die nächste Reihe beginnen wir mit acht festen Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir sechsmal. Meine Reihe mit acht festen Maschen, eine Abnahme, sechsmal hintereinander ist zu Ende gehäkelt. Die Markierung setzen wir jetzt wieder eine Reihe weiter und die nächste Reihe beginnen wir mit sieben festen Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder sechsmal. Sieben feste Maschen, eine Abnahme. Meine Reihe mit sieben festen Maschen, eine Abnahme, sechsmal hintereinander ist zu Ende und die nächste Reihe beginnen wir mit sechs festen Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder sechsmal. Sechs feste Maschen, eine Abnahme. So, meine Reihe mit hier sechs festen Maschen, eine Abnahme, sechsmal hintereinander ist zu Ende gehäkelt. Ich habe jetzt den Kopf so zusammengelegt. Diese Öffnungen hier, die sind hier wirklich symmetrisch rechts und links gehäkelt. Dann kann man halt das wirklich wunderbar zusammenlegen und dann mal schauen, ob das halt passt. Und dann, wir werden jetzt halt den Kopf aufs Gelenk draufsetzen. Und ihr könnt ja hier schauen, also, das ist halt hier die erste Reihe, diese Zickzack-Geschichte. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Hier, diese sechste Reihe. Also, mit hier Zickzack, das ist die erste Reihe, von der wir zählen. Das ist eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Zwischen diese sechste und siebte Reihe hier, mittig, setzen wir den Kopf drauf, ja. Kann man sich so ein bisschen markieren. So, nehmen und schauen, ob man halt mittig setzt, ja. Also, bei mir ist es so, dass ich noch hier Masche zur Seite gehen muss. So, wie ich sehe. Okay. Aber hier ein bisschen die Öffnung weiten. Also, sucht halt eure Mitte aus, ne. Das ist halt, wo es ist. Dass es halt schön symmetrisch aussieht, damit es halt nicht verzogen ist, nicht verschoben ist. Weil wir jetzt gerade draußen ein bisschen krachen. Aber naja, ist halt so. Das ist mal hier durch die Maschen. Ja, diese Gelenke, sagen wir so, je größer die sind, also sprich, also der, hier, der Umfang, oder der Durchmesser, so nicht Umfang, sondern Durchmesser. Hier haben wir auch etwas dickere Stifte, und da, natürlich, wenn man engmaschig hekelt, so wie ich, dann, hat man auch, ja, Schwierigkeiten, dann die draufzusetzen. So, dann gucken wir mal, ob ich mittig bin. Könnte sein. So sieht's aus. Bei mir. So. Wenn man so guckt, da guckt halt diese, so, anderthalb Reihen raus da. Ja? Also von diesem dunklen, also diese und diese Reihe guckt so ein bisschen raus. Okay. So, ich hab das jetzt draufgesetzt, ich, äh, mache jetzt ein bisschen Füllung rein, aber wenn der Kopf ein bisschen auseinander geht, und, äh, also jetzt noch nicht viel, komplett auffüllen, sondern halt etwas, dann ist es auch formgebend, und dann kann man das besser sehen, ob es auch wirklich, ähm, ja, mittig sitzt. Hm, schief. Ich muss ein bisschen zur Seite. Da raus. Und nächste Masche. Also wie gesagt, also hier, setzt den Kopf auf, richtet, äh, drauf, richtet den aus, dass er mittig ist, und dann machen wir den fest. So. Masche daneben. So, jetzt hab ich's besser ausgerichtet. Ja. Okay. So, draufgesetzt. Wie gesagt, zwischen sechste und siebte Reihe. So. Und jetzt fixiere ich das Ganze. Die Füllung nehme ich jetzt ein bisschen raus wieder, weil die war ja nur als, ähm, hier, Orientierungshilfe gerade gedacht. So schaut's halt bei mir aus. Na? Da ist das stimmt. Dann legen wir mal hier die Scheibe drauf. Und, ähm, den Verschluss. Das sind ja diese Dreifachgelenke. Die nehme ich am liebsten, weil die einfach besser halten. Und dann Armer richtig schön befestigen, ja. So, jetzt ist fest. Korrigieren kann ich nix mehr. Da, und wie seht ihr, halt hier so, muss ich so rausgucken. Da. Dieser Abstand muss sein, und der Kopf halt so sitzt. So, und es gleich, also auch aufgefüllt ist alles und alles, dann passt das Ganze. so. So. Hier den Faden. So. Wie gesagt, und er schaut jetzt gerade auch ein bisschen, ja, verdurst. So, ausdruckslos, keine Augen, ne? Egal. So, aber wie ihr seht halt, das ist jetzt halt, ne, so richtig schön mittig draufgesetzt und alles befestigt, und dann können wir weiter häkeln. So. Zack. Und die letzte Reihe war sechs feste Maschen, eine Abnahme, sechs Mal hintereinander. Markierung setzen wir jetzt halt wieder eine Reihe weiter, und die nächste Reihe beginnen wir mit fünf festen Maschen. Eins, zwei, drei, vier, und fünf, und eine Abnahme. So. Und das wiederholen wir wieder, sechs Mal. Fünf feste Maschen, eine Abnahme, sechs Mal. So, die Reihe mit fünf festen Maschen, eine Abnahme, sechs Mal hintereinander ist zu Ende. Die Markierung setze ich jetzt wieder eine Reihe weiter. So. Und die nächste Reihe beginnen wir mit vier festen Maschen. Eins, zwei, drei, und vier, und eine Abnahme. So. Und das wiederholen wir wieder, sechs Mal. Vier feste Maschen, eine Abnahme, sechs Mal. So, meine Reihe mit vier festen Maschen, eine Abnahme, sechs Mal hintereinander ist zu Ende gehekelt, und wie ihr seht, ich habe das halt aufgefüllt, so schaut es halt aus. Hier geht es ein bisschen auseinander, das muss auch so sein, weil hier kommen ja später ja die Augen, das ist, wenn wir diese Flächen hier dann halt so dran nähen, ne, wenn das Auge drin ist, und dann halt, dann so dran nähen, dann, ja, hat man die auch wieder zu. So sieht es halt aus. Und das Auge fügt sich halt wirklich wunderbar, also diese Verschlüsse von den Augen halt wunderbar, dann in diese Löcher rein. Ja, so sieht halt dann mein Faultier dann später aus mit Orange. Okay, so. Auf jeden Fall. So, aufwühlen, ja, das schon ausarbeiten, dass die Form halt gut rauskommt, auch, dass halt hier die Schnauze halt gut rauskommt, weil es ist sehr oft, dass man halt hier dann irgendwie zu wenig Material hat, und dann ist es halt wirklich dann wieder ganz platt. Und damit es halt nicht so ist, sollte man auch wirklich, also wie gesagt, erst mal so diese Konturen-Geschichten ausarbeiten, und dann richtig schön später in die Mitte die Füllung reinarbeiten, wenn man so schaut, bei mir ist hier auch noch ein Loch, ja, also da werde ich noch einiges reinarbeiten müssen. So, nächste Reihe. Markierung wieder an den Anfang der Reihe, und die nächste Reihe beginnt mit drei festen Maschen, eins, zwei, und drei, und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder sechsmal. Drei feste Maschen, eine Abnahme. So, meine Reihe mit drei festen Maschen, eine Abnahme, sechsmal hintereinander ist zu Ende gehäkelt, die Markierung wieder eine Reihe weiter, und die nächste Reihe beginnen wir mit zwei festen Maschen, eins, und zwei, und eine Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder, sechsmal, zwei feste Maschen, eine Abnahme, sechsmal. So, meine Reihe mit zwei festen Maschen, eine Abnahme, sechsmal hintereinander ist zu Ende gehäkelt, und wie ihr seht, ich habe den Kopf richtig schon gut aufgefüllt. So, und leider währenddessen auch die Markierung mit reingearbeitet, ich werde jetzt nicht die Füllung rausholen und die Markierung rausholen, die ist irgendwo da jetzt im Kopf. So, nächste Reihe. Wir beginnen mit einer festen Masche und einer Abnahme. So, und das wiederholen wir wieder, sechsmal, eine feste Masche, eine Abnahme, sechsmal. So, die Reihe mit einer festen Masche, eine Abnahme, sechsmal hintereinander ist zu Ende gehäkelt, und wir häkeln jetzt noch zum Schluss, sechs Abnahmen hintereinander. Also, aber selbstständig bitte, sechs Abnahmen. Stein, den Körg corridors, Körgerungs. Jetzt